Hallo, ich habe mir jetzt mal eine kleine Mühe gemacht und die Playlist angelegt, beziehungsweise endlich mal Playlists. Also nicht von allem Video, aber von den wichtigsten Projekten, die ich momentan mache. Von den Letzträtseln werde ich keine machen, voraussichtlich. Erstmal habe ich jetzt noch nicht geplant, weil das immer wieder unterschiedlich ist. Ich kann nicht für jedes Letzträtsel eine Letztplaylist anlegen, das wäre ziemlich viel. Vielleicht mache ich das noch später, aber jetzt erst noch nicht. Ebenfalls sind einmal Let's Survive Staffel 1, Let's Survive Staffel 2. Unterhaltsam ist also ein paar lustige Videos, Musikvideos und Let's Play Together. Ja, ihr könnt mir gerne Tipps geben, was ich noch für Playlists anlegen kann. Das sind erstmal die, die mir eingefallen ist. Apokalyptiker Story, weiß ich nicht, ob ich eine mache, weil es die ja auf TGN hauptsächlich jetzt gibt. Ansonsten, entweder mir fällt noch was ein oder... Ja, und ich hole das einfach nach. Naja, jetzt jedenfalls der Grundstein ist gelegt und es werden nicht alle Videos da reinkommen, aber, ähm, ja, halt erstmal, ne, weil es wurde sich so oft beschwert. Ich war immer zu faul, das ist so viel Arbeit. Na gut, jedenfalls sind erstmal die Grundsteine gesetzt. Und wie gesagt, ihr könnt mir Tipps geben, welche Videos ich noch in der Playlist einstellen kann und, ähm, vielleicht mache ich das dann und wenn euch irgendwas auffällt, wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe, dass ein Video vor dem anderen kommt oder so oder das Part 5, ähm, vor Part 6 kommt, äh, vor Part 4 kommt, meine ich, dann könnt ihr mir das natürlich auch gerne sagen und, ja. Ansonsten, vielen Spaß jetzt mit der Playlist und man sieht sich. Ciao! Ciao! Vielen Dank.